Herr, warum trittest du so ferne? Warum verbirgst du dich zur Zeit der Not, da alles wie ein klemmig Ende droht? Ach, wird dein Auge nicht durch meine Not bewegen, so sonst nie zu schlummen pflegen. Du wiesest ja mit einem Sterne vor dem, den neu bekehrten Weisen, den rechten Weg zu reisen. Ach, leid mich durch deiner Augenlicht, weil dieser Weg nichts als Gefahr verspricht. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!